Der hier gehandhabte Todesapparat arbeitete ohne Abfall. Vor der Ermordung schnitt man den Frauen das Haar ab. Berge von Frauenhaaren. In Ballen gelagert, 28 Kilogramm, 22 Kilogramm, Menschenhaar diente der deutschen Textilindustrie als Rohstoff. 7000 Kilogramm Haar, ein Andenken an 140.000 gemordene Frauen. Gemahlene Menschenknochen wurden als Düngemittel an der Firma Strähn, Menschenhaar an Webereien und Matratzenfabriken verkauft. Man betrieb die Leichenkletterei Encro. Noch ein Handelszweig in diesem abscheulichen Betrieb. Dentistern entfernen den Leichen die Gebisse, um die Goldplombe herauszubrechen. In 35 Lagerhallen war das Leichengut aufgestapelt. Stapel von Augengläsern. Wie viel Tote gab es hier, wenn nur jeder zehnte ein Brillenträger war. Läger voll Wäsche und Kleidung. Berge von Wäsche. 514.843 Kinder-, Frauen- und Männerkleider. Schuhwerk. 43.526 Paare. Sogar gebrauchte Zahn- und Kleiderbürsten. Koffer mit Etiketten aus aller Herrenländern. Aus Polen, Ungarn, Frankreich, Tschechoslowakei, Holland, Griechenland, Belgien.